Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Transferanalyse von Union Berlin. Der Hauptstadtklub spielt ja mal wieder eine mehr als erfolgreiche Saison. Im DFB-Pokal steht man im Achtelfinale und auch in der Europa League hat man es in die K.O.-Phase geschafft. Auch in der Bundesliga sieht es ja richtig gut aus. Man steht nach 15 Spieltagen auf Platz 5 mit 27 Punkten, punktgleich mit Eintracht Frankfurt auf Platz 4. Also bei den europäischen Rängen ist auf jeden Fall dieses Jahr alles möglich, aber natürlich ist es auch grundsätzlich sehr, sehr eng in der Liga. Als Beispiel Platz 8, der auf jeden Fall nicht reichen wird für Europa, ist auch nur 5 Punkte weg. Aber natürlich ist eh klar, Union Berlin hat jetzt nicht direkt das Ziel Europa, aber sie haben natürlich schon das Zeug, wenn sie so weitermachen, Großes zu erreichen. Und das könnte vielleicht sogar die Champions League bedeuten. In der Rückrunde hat man aber, wie gesagt, auch erneut die dreifach Belastung. Deswegen könnte es durchaus Sinn ergeben, den Kader nochmal zu verändern und auch zu verstärken. Spieler aus der Breite abzugeben, die keine große Rolle spielen, um mit Spielern zu ersetzen, die die Qualität nochmal nach oben schrauben. Und genau dafür habe ich ein paar Transfers gefunden. Und deswegen gehen wir jetzt auf Shopping-Tour für Union Berlin. Legen wir erstmal los mit dem möglichen Abgangskandidaten und dort überrascht natürlich der Name von Kevin Möwald nicht. Der ist ja vor gut anderthalb Jahren aus Bremen zu Union Berlin gekommen, war in der letzten Spielzeit vielleicht, könnte man noch sagen, Rotationsspieler. In der aktuellen Saison spielt er rein sportlich gar keine Rolle mehr. Natürlich ist bei ihm, wie auch bei vielen anderen, nicht klar, wie lange sein Vertrag läuft, sprich, ob auch eine Laie im Winter möglich wäre. Aber unabhängig davon ist er natürlich ein Spieler, den man bereit ist abzugeben. Ich kann mir auch selber gut vorstellen, dass Möwald sehr, sehr gerne weg möchte, weil mit 29 Jahren seiner Erfahrung in der 1. und 2. Bundesliga wird es sicherlich einige Interessenten geben, bei denen er rein sportlich eine deutlich größere Rolle spielen kann. Wie gesagt, bedingt durch die Vertragslänge und so weiter und so fort, ist auch nicht abzuschätzen, wie viel Geld man vielleicht mit ihm noch machen könnte. Ich denke mal, wenn es hier einen Interessenten für den Kauf gibt, wird die Ablöse aber schon eher unter Marktwert liegen. Interessenten gibt es aktuell namentlich nicht. Also es ist relativ ruhig um Kevin Möwald. Aber es ist eben klar, sollte hier ein Verein anklopfen, dann ist Union auf jeden Fall nicht abgeneigt, Möwald abzugeben. Und der Spieler kann sich das sicherlich auch selber sehr gut vorstellen. Eine ähnliche Geschichte könnten wir genauso auch zu Levin Edstunali erzählen. Denn das, was ich gerade zu Kevin Möwald erzählt habe, kann man eigentlich auf Edstunali duplizieren. Auch er ist im Sommer 2021 nach Union Berlin gewechselt, war letztes Jahr noch durchaus ein Rotationsspieler. Diese Saison kommt dann nichtmals sporadisch zu einsetzen. In der Bundesliga stand er ein einziges Mal auf dem Platz in der Hinrunde und das war ein wirklicher Kurzeinsatz. Sechs Minuten am vierten Spieltag gegen Schalke. Seitdem ist natürlich auch in der Mannschaft viel passiert. Es gab nochmal ein paar Veränderungen im Zentralmittelfeld und Levin Edstunali spielt keine Rolle mehr. Auch hier gibt es keine Infos über seine Vertragslänge. Deswegen auch hier schwierig zu sagen, ob vielleicht noch eine Laie möglich ist. Ich denke mal, für ihn könnte der Markt auch sogar nochmal ein Ticken größer sein als Kevin Möwald. Weil er natürlich mit 26 Jahren auch noch ein gewisses Entwicklungspotenzial mitbringt. Und auch in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Er kann ja sowohl im Zentrum spielen, hat ja früher auch sehr viel auf den Flügeln agiert. Deswegen nimmt er natürlich eine Flexibilität mit, die durchaus interessant ist. Marktwert 1,5 Millionen. Ich denke mal, auch hier würde eine mögliche Ablöse ein Ticken darunter liegen. Und auch er ist natürlich auch für euch als Zuschauer sicherlich kein überraschender Abgangskandidat. Auch hier, wenn es ein Angebot gibt, wird man sich von beiden Seiten sicherlich sehr, sehr gerne damit beschäftigen. Blicken wir aber nun mal auf noch ein, zwei Spieler, die noch nicht ganz so sehr außen vor sind, wie eben Möwald und Öztunali. Und da kann man sicherlich auch über Milos Pantovic reden. Der hat ja in der vergangenen Saison für den VfL Bochum durchaus für Furore gesorgt, weil er ja diese 1, 2, 3 Mega-Tanz-Tore mit dabei hatte. Teilweise aus der eigenen Hälfte heraus. Und hat auch dort schon in Bochum, vor allen Dingen auch als Joker, eine sehr, sehr gute Rolle auch damit eingenommen. Im Sommer ist er dann weitergezogen, ablösefrei zu Union Berlin. Und auch dort ist er Rotationsspieler, ist er Joker, aber schon nochmal in einer geringeren Rolle als beim VfL Bochum. In der Bundesliga kam er auf 8 Einsätze, wurde so im Schnitt auch jeden zweiten Spieltag dann für ein paar Minuten noch eingewechselt. Einmal stand er auch in der Startelf gegen sein Ex-Klub Bochum, 70 Minuten lang. Aber ansonsten waren es wirklich auch nur Joker-Einsätze. Und das ist natürlich für den Spieler selber durchaus enttäuschend. Beispielsweise auch in der Europa League war er ja gar nicht mit dabei. Und deswegen ist das natürlich eine Rolle, die ihn sicherlich nicht zufrieden stellt. Auch deswegen wurde bei ihm schon über einen Abgang spekuliert. Auch bedingt dadurch, dass es berichtet wurde, dass sich Union auf der 10er-Position nochmal nach einem Neuzugang umschaut. Und deswegen ist natürlich hier ein Abgang möglich. Bedingt dadurch, dass er erst im vergangenen Sommer gekommen ist, denke ich mal, dass sein Vertrag schon auch mindestens bis 2024 läuft. Sprich ein Zwei-Jahres-Vertrag ist. Und damit wäre hier natürlich dann auch, wenn es denn so ist, eine Laie möglich. Dennoch Pantovic hat natürlich Fähigkeiten, die ihn für andere Klubs interessant machen. Vielleicht auch aus der unteren Bundesliga-Hälfte oder von Klubs aus der 2. Liga, die oben mitspielen. Vielleicht aber auch gibt es Interessenten aus dem Ausland. Auf jeden Fall hat man sich sicherlich beidseitig einen Ticken mehr erhofft. Union nochmal ein bisschen mehr spielerische Klasse als zuvor. Pantovic ein bisschen mehr Spielzeit. Auch hier sind sicherlich nicht alle zufrieden und ist ein Winterabgang auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und dann gibt es mit Tim Skarke natürlich noch einen vierten Kandidaten, über den sicherlich am meisten in den Medien spekuliert wurde. Aber an dem er dann sicherlich von diesen Vieren, Stand jetzt, am wenigsten abgeben möchte. Skarke ist ja im vergangenen Sommer von Darmstadt gekommen. Ablösefrei hat zuvor in der 2. Bundesliga eine gute Rolle gespielt. Auch deswegen hat es niemanden gewundert, dass er weitergezogen ist in die Bundesliga. Aber es war natürlich schon von Anfang an klar, man hat sich mit Tim Skarke einen wirklich typischen Flügelspieler geholt. Und ein typischer Flügelspieler spielt ungern auf einer anderen Position. Und deswegen ist es für Tim Skarke so schwer, auf Spielzeit zu kommen. Denn Urs Fischer hat ja in der Hinrunde eigentlich immer auf das 3-5-2-System gesetzt. Und da hat Skarke keine optimale Position. Weder als offensiv ausgerichteter rechter Schienenspieler oder irgendwie auch als hängende Spitze oder so. Das sind alles nicht seine optimalen Positionen. Er muss auf dem rechten Flügel agieren. Deswegen wurde auch schon über einen Abgang spekuliert. Schalke ist ja schon seit einigen Wochen dran. Zu Beginn schien es ja auch so zu sein, dass das eine vollkommen logische Geschichte sein kann. Eine Laie mit anschließender Kaufoption. Und hier wurde ja auch schon berichtet, dass sein Vertrag wohl möglich bis 2024 läuft. Wodurch eben auch dann nur eine Laie jetzt in der Rückrunde möglich ist. Union selber, besser gesagt, der technische Direktor Michael Parensen, haben aber ja auch schon betont, dass man ihn eigentlich nicht zwingend abgeben würde nach gerade mal einem halben Jahr. Und das liegt unter anderem auch daran, dass Urs Fischer in der Vorbereitung auch das 4-4-2-System hat einstudieren lassen. Skarke hat in den Testspielen da auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Deswegen will man ihn nicht zwingend abgeben. Zumindest nicht dann, wenn man keinen Ersatz hat. Trotzdem ist er natürlich ein Abgangskandidat. Sollte man sich auf der Position nochmal verstärken können mit einem anderen Flügelspieler. Und darauf blicken wir nämlich gleich nochmal. Dann könnte ich mir den Abgang auch trotzdem noch vorstellen. Nein, sicherlich würde man aber die anderen, die ich gerade genannt habe, einen Ticken lieber abgeben als Tim Skarke. Und dann ist natürlich auch klar, sollte man tatsächlich 2, 3 oder 4 Spieler noch abgeben, dass man auch schon nochmal ein bisschen was machen würde, um auch die Qualität im Kader zu erhöhen. Und hier gibt es auch ein neues Gerücht um Hakim Genuche. Oder wie man ihn auch immer richtig ausspricht, weiß ich nicht. Aber ihr seht ja, wie er heißt. Und ich erzähle euch jetzt nochmal ein bisschen, was er kann. Denn bei Union Berlin sucht man nach einem neuen linken Verteidiger. Denn auch wenn wir ja gerade schon über einige mögliche Wintertransfers gesprochen haben, gab es ja auch schon ein paar Abgänge in diesem Winter. Unter anderem wurden die beiden Youngstars, Laurenz Dahl und Fabio Schneider abgegeben. Aber eben auch erneut Timotheus Puchac, der natürlich als linker Verteidiger, zumindest mal als Backup, nicht verkehrt für die Kaderbreite war. Jetzt hat man für die Position der Schienenspieler noch Gieselmann, Riasson und Trimmel. Und da könnte man sicherlich nochmal nachlegen. Und das möchte man eben wohl machen mit dem Mann aus Frankreich. Er spielt aktuell bei Austria Lustenau, ist 22 Jahre jung, hat einen Marktwert von 450.000 Euro und hat dort auch einen Vertrag bis zum Saisonende. Union Berlin habe wohl auch bereits eine Anfrage gestellt, berichtet DL Kieb. Es sei auch das Ziel, ihn im Transfer jetzt im Winter schon zu vollziehen und ihn eben dann auch schon zu holen. Und der Linkserteidiger stand auch in der laufenden Saison bislang in allen 16 Partien dort auf dem Rasen. Sprich, er ist auf jeden Fall im Saft, ist jemand, der vorliegend übers Tempo kommt, hat eine Mega-Geschwindigkeit, ist aber auch am Ball schon ganz gut ausgebildet. Aber, und das ist ja gar nicht verkehrt, ist natürlich jetzt auch nicht diese Mega-Lösung. Trotzdem finde ich das gar nicht mal schlecht für die Kaderbreite, erstmal so jemanden auszuprobieren, der sicherlich auch nicht allzu teuer wird, wenn man ja über einen Transfer spricht im Winter, dessen Vertrag im Sommer endet, ist es ja oftmals auch unter Marktwert. Sprich, das kann man sich auf jeden Fall auch locker erlauben, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und deswegen kann das auf jeden Fall Sinn machen, auf dieser Position mal ein kleines Experiment zu machen. Und sollte das dann eben nach der Rückrunde nicht funktionieren, kann man sich im Sommer nochmal endgültig vielleicht darauf stellen, mit zum Beispiel an Philipp Max, über den er mal viel spekuliert worden ist, um die Qualität dort nochmal ganz stark zu erhöhen. Aber jetzt kann Hakim Genesché sicherlich auf jeden Fall eine gute und günstige Alternative sein. Blicken wir dann ins zentrale Mittelfeld, wo ich ja in meinem Falle Möwald, Elstonali und Pantovic abgeben würde und dann mit einem Mann die Qualität nochmal erhöhen wollen würde. Und der heißt Hannes Wolf. Ich denke mal, viele von euch kennen Hannes Wolf mittlerweile. Bei RB Salzburg ausgebildet, dort auch rein fußballerischen guten Einung hinterlassen, zu RB Leipzig gewechselt und danach Marco Rose zu Borussia Mönchengladbach gefolgt. So kann man sicherlich seine Geschichte erzählen. Letztes Jahr dann nochmal verliehen gewesen zu Swansea City in die zweite englische Liga. Denn bei Gladbach ist er bis heute nicht so wirklich angekommen, obwohl man ja für ihn im Sommer 2021 9,5 Millionen Euro bezahlt hat. Er war ein Wunschtransfer von Marco Rose und Marco Rose war bei seiner Festverpflichtung dann gar nicht mehr da. Und somit hat er eben auch in der letzten Saison dann keine große Rolle gespielt, wurde verliehen. In der laufenden Spielzeit unter Daniel Farke kam er zu Saisonbeginn zu einsetzen. Es waren aber wirklich nur sehr, sehr kurze Joker-Einsätze. Dann gab es eine Verletzung an der Schulter, deswegen hat er den Rest der Hinrunde verpasst, ist aber wohl jetzt zur Rückrunde wieder fit. Trotzdem spielt er bei Gladbach nicht die allzu größte Rolle, wurde auch deswegen in der Vorbereitung eher als linker Verteidiger ausprobiert. Eine Rolle, die er dann theoretisch bei Union auch mal spielen könnte, weil eben auch die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld bei Gladbach für ihn zu groß ist. Deswegen ist auf jeden Fall hier ein Abgang sicherlich auch realistisch. Und ich finde, Hannes Wolf macht seine fußballerische Qualität, aber auch seine aktuelle Vertragslänge so unglaublich interessant für Union. Denn man könnte ihn erstmal ausleihen für die Rückrunde mit anschließender Kaufoption und schauen, wie die ganze Geschichte zusammenpasst. Denn wenn man mal darauf blickt, was Union Berlin im Mittelfeld so hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass diese spielerische Klasse von Hannes Wolf auf jeden Fall weiterhelfen kann. Und dass Wolf diese Qualität hat, das weiß man. Er braucht einfach aber auch eben nur mal das Vertrauen in seine Fähigkeit und viel Spielpraxis. Hannes Wolf ist ein temporeicher Spieler. Technisch ist er überragend gut ausgebildet. Ein sehr, sehr gutes Dribbling. Schwer vom Ball zu trennen. Eine gute Beweglichkeit, aber auch trotzdem eine relativ gute Physis für seinen Körperbau. Hat auch eine gute Sprungkraft, wodurch auch mit seinen 1,79m immer wieder in Zweikämpfen sogar ganz gut funktioniert. Ist stark im Abschluss. Schlägt gute Flanken, gute Standards. Also er bringt ein super, super Paket mit als Zehner. Er ist auch einfach ein Tempodribbler. Und ich glaube, das sind so Qualitäten, die Union Berlin im Mittelfeld schon nochmal deutlich breiter und besser aufstellen würden. Und wie gesagt, mit einer Laie, mit anschließender Kaufoption kannst du hier wenig bis gar nichts falsch machen. Und ich hatte ja schon angerissen, Tim Skarke würde ich dann auf jeden Fall abgeben, wenn ich mir dafür einen Ersatz hole, der nochmal qualitativ besser ist und auch besser ins System passt. Und hier haben wir jemanden, den man aus der Bundesliga schon kennt, Rhys Nelson. Der ist ein Eigengewächs vom FC Arsenal. Wurde dort in der Jugend ausgebildet. In der Saison 18, 19 lief er für Hoffenheim auf und hat dort auch in der Bundesliga durchaus einen guten Eindruck hinterlassen. Seitdem ist aber seine Karriere durchaus in Stocken geraten. In der vergangenen Saison ging es auch deswegen zu Feyenoord Rotterdam, um dort Spielpraxis zu sammeln. Und seit dem Sommer steht der Engländer wieder bei Arsenal unter Vertrag. Bei Arsenal spielt er aber keine große Rolle mehr. In der Premier League hat er zwei Spiele gemacht, kam dort übrigens auf starke zwei Tore und eine Vorlage. Aber viel mehr gespielt hat er nicht. Und die letzten Male war er teilweise auch gar nicht mehr im Kader. Sein Vertrag endet nach der Saison. Auch deswegen ist es hier sehr, sehr gut möglich, dass man ihn im Winter deutlich unter Marktwert bekommt. Weil natürlich schreckt der Marktwert jetzt sicherlich erstmal viele ab. Und viele sagen, hä, wie soll der denn realistisch für Union sein? Als ob die jetzt von Arsenal niemanden holen, der dort einen 7-Millionen-Marktwert hat. Der Marktwert trügt hier auf jeden Fall. Wie gesagt, er spielt nahezu gar keine Rolle mehr bei Arsenal. Er wird sicherlich auch nicht wenig verdienen. Sprich, er müsste selber finanziell Abstriche machen und Arsenal wäre sicherlich auch froh, ihn von der Paywall zu haben. Mit seinen 23 Jahren ist er aber natürlich auch noch jemand, der sich entwickeln kann. Also auch wenn es selbst bei Arsenal nicht lief, kann er glaube ich schon bei so einem Team wie Union Berlin sehr gut reinpassen. Und was ihn dann so besonders macht oder so perfekt passend macht für Union, neben der ganzen vertraglichen Geschichte und auch eine gewisse Bundesliga-Erfahrung, ist halt seine Flexibilität. Er selber fühlt sich auf dem rechten Flügel am wohlsten, könnte also auch im 4-4-2-System die Position von Skarke einnehmen. Aber eben auch im 3-5-2-System als hängende Spitze sehr gut funktionieren. Hat er damals nämlich auch schon bei Hoffenheim gespielt. Und dann finde ich, dass im Gesamtpaket auch fast schon wieder so einen typischen Union-Transfer auch mal jemanden zu holen, der aktuell in seiner Entwicklung so ein bisschen stockt. Ihm zu helfen, das wieder hinzubiegen und dann eben selber was von seinen Qualitäten zu haben. Denn die hat Reece Nelson. Er ist ein unglaublich schneller Spieler, auch hier technisch gut ausgebildet, gutes Dribbling, schlägt gerne Flanken, sucht aber auch gerne selber den Abschluss. Und ist auch im Passspiel sehr, sehr sauber und sicher. Und dann würde er sicherlich nochmal die Qualität in der Offensive erhöhen. Natürlich müsste man hier ein bisschen Geld für ihn bezahlen, das ist klar. Aber ich glaube, das könnte schon in Summe eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Und dass das dann auch in der Rückrunde spannend wird, sehen wir, finde ich, ganz gut. Gut auch dann an der möglichen Aufstellung. Weil ich habe jetzt ein paar Spiele aus der Kaderbreite abgegeben, wie Möwald oder Hötzunale, die gar keine Rolle mehr spielen, wie Pantovic oder Skarke, die wir dann aber auch durch Wolf und Nelson ersetzen und sogar die Qualität erhöhen. Und ich finde, dann hat Union wirklich eine super Mannschaft. Im Tor Renau die Nummer 1, Grill die Nummer 2, Busk die Nummer 3. Davor wird es sicherlich meistens eine Dreierkette sein. Wie gesagt, in der Vorbereitung gab es jetzt auch mal das 4-4-2-System. Das ist natürlich eine Alternative. Ich bin mir immer sicher, dass Urs Fischer größtenteils auf das 3-5-2-System vertraut. Da war dann in der Dreierkette möglicherweise als die erstmal gesetzten Innenverteidiger, Jäckel, Knoche und Leite, aber natürlich mit Thibaut Baumgartel jemanden, der zurück ist, der natürlich sicherlich auch noch ein bisschen Zeit braucht, um top, top fit zu werden mit ein bisschen Spielpraxis. Aber natürlich haben wir da auch noch mit Döki zwei wirklich sehr, sehr gute Alternativen. Thema Außenverteidiger ist hier auf jeden Fall wichtig, weil ich wollte jetzt nur mal ganz kurz die Kaderbreite damit ganz gut darstellen. Wir haben auf rechts Riasson und Trimmel, auf links Gieselmann und Gynosche, aber natürlich wird es wahrscheinlich ähnlich wie in den Rundern nur so sein, dass Riasson auch oftmals über links kommt und dann Trimmel auch viel über rechts spielen wird. Auch das natürlich vollkommen möglich. Ich wollte aber mal ganz gerne jetzt hier die Kaderbreite darstellen. Und die haben wir dann auch im Zentralmittelfeld, obwohl wir natürlich dort auch ein bisschen aufgeräumt haben. Wir haben ja drei Spieler in meinem Fall abgegeben, einen neuen hinzugeholt und trotzdem hat man reichlich Möglichkeiten. Rani Khedira natürlich auf der Sechser-Position ganz klar gesetzt. Yannick Habera, finde ich, hat auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und Hannes Wolf wäre dann für mich hier noch das fehlende Puzzlestück, um wirklich ein super ausgeglichenes zentrales Mittelfeld zu haben mit einer Mischung von allem irgendwie. Alternativ natürlich Seguin, Torsby, Schäfer oder auch Haraguchi. Und dann die Doppelspitze, natürlich Geraldo Becker ganz klar gesetzt. Über den haben wir ja noch gar nicht hier gesprochen, aber er hat ja selber gesagt, er will auf jeden Fall bleiben. Deswegen schließe ich persönlich auch einen Winterabgangstand jetzt aus. Daneben hat ja Jordan sehr, sehr gut angefangen, ein bisschen nachgelassen. Trotzdem für mich hier die Möglichkeit Nummer 1. Und dahinter hast du eben dann mit Kevin Behrens noch einen super Joker, meiner Meinung nach. So einen eher typischen Neuner mit Sven Michel. Auch jemanden, den du immer wieder gut reinschmeißen kannst. Und dann eben mit Wils Nelson und Jamie Lebeling zwei eher Flügelspieler, die aber auch sehr, sehr gut in dem System als hängende Spitze agieren können. Und bist unglaublich flexibel und gut aufgestellt. Also das macht wirklich richtig was her. Kommen wir zum Fazit meiner Shopping-Tour für Union Berlin. Der Kader ist gut, das sehen wir ja. Nicht umsonst steht man in der Bundesliga, im Pokal und in der Europa League richtig gut da. Der Kader hat aber auch das Potenzial, durch nur 1, 2, 3 Transfers nochmal deutlich besser zu werden. Dass man Spiele abgeben möchte, wie Möwald oder Eltonali ist klar. Dass man gesprächsbereit ist bei Pantovic oder Skarke auch. Aber vor allem auch bei Tim Skarke braucht es sicherlich dann erstmal einen Ersatz. Wenn man den nicht findet, wird man ihn wahrscheinlich behalten. Aber vor allen Dingen auch jemanden wie Hannes Wolf finde ich unglaublich interessant und super passend für Berlins Mittelfeld. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was ihr zu meinen Transfervorschlägen sagt. Bei Union ist dann doch einiges los. Video ist auch relativ lang geworden. Aber es hat sich, finde ich, schon gelohnt, hier mal ausführlich drauf zu schauen. Weil man wirklich denken könnte, es passt ja eigentlich alles. Man braucht nicht viele Veränderungen. Ja, aber die können es dann doch wiederum geben, weil es sich einfach lohnt, weiter an dieser Mannschaft zu arbeiten. Also, eure Meinung gerne in die Kommentare. Schlagt auch gerne weitere Teams vor für dieses Format, wo es vielleicht auch noch ein paar Transfers geben wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.